So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Far Cry. Beim letzten Part hat Sergeant Commander General Major King den Steuerruder in die Hand genommen und dann mit seinen herausragenden Skills die letzten Gegner hervorragend ausgeschaltet. Aber jetzt bin ich wieder dran und wir checken hier mal die Lage. Wir müssen nämlich darüber auf die andere Insel und wie wir hier sehen können, gibt es hier Gegner. Er kann also Boot fahren, er kann Boot fahren. Hier sind nochmal zwei, drei. Aha, erkannt, erwischt. Was macht ihr da so? Keine Ahnung, schätze schon. Das liegt vermutlich daran, dass wir es nie versucht haben. Ah ja, das ist wahr. Hätte ich auch gesagt. Irgendwie kann ich den anderen... Käfige? Und dann warten wir mal ab, was wir so fangen. Hummer ist eine Delikatesse. What? Ich höre immer nur einen. Ja? Äh, ja. Ja, die haben nicht versucht, den Hummer einzufangen. Doch wehe dem, der versucht, Hummer einzufangen, denn das mag Greenpeace gar nicht. So wie wir müssen jetzt irgendwie hier mal geschickt, äh, geschickt, also frontal auf die Insel drauf zu rennen. Das wird nichts bringen. Äh, das habe ich von Major Tomat... Ich wurde entdeckt. Von wem? Von was? Von wo? What? Die Anzeige hat gesagt, ich wurde entdeckt. Aber ich glaube, hier gibt es doch noch irgendein... Wer hat mich wo entdeckt? Äh, das gute Magazin. Ähm, ja. Hallo? Dann hat er nicht... Dann hat er nicht... Jetzt hat er mich wieder nicht mehr entdeckt. Der Typ. Whatever, aber es gibt hier ein Boot, glaube ich, irgendwo. Ich bin ja hier gelandet mit einem Boot. Da ist es. Mein überragendes, oranges Schlauchboot. Und mit diesem überragenden Schlauchboot werden wir nun in See stechen. Achtung, Fische. Achtung, Achtung, Rückwärtsgang. Biep, Biep. Achtung, Fische. Vielen Dank. Vielen Dank. Äh, es ist Verlust. Oh! God! Fast gegen den Stein gefahren. Oh, passen. Holy! Schlauchboote hältst es aus. Du reist nicht so einfach, wenn ich gegen hier... Wenn ich... Ah, noch ein Schlauchboot. Dein Kumpel, oder? Du reist nicht so einfach, wenn ich gegen den Stein fahre hier. So. Also, wir... Wir begeben uns jetzt auf eine gefährliche Tour. Hallo. Ja. Äh, genau. Ihr seht mich nicht. Fahrt einfach weiter. Ist auch nicht so... Ist ja nicht so wichtig hier. Dass ich euch alle später ermorden werde. Hahaha. Uuuh. Hahaha. Mit meiner... Mit meiner Waffe des Mordens. Was ist dies? Ein A entstand. Oh, hier ist ein Gegner. Aha. Ist hier ganz unauffällig, was ich hier mache. Ich gehe unauffälligerweise hier an Bord, äh, von Bord. Bewegt mich unauffällig hier so entlang. Und lasst die Gegner leben. Ich lasse sie einfach leben. Was hältst du davon? Nee, das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Ich muss die schon alle hier umhauen. Also hier haben wir zwei. Die verstecken sich jetzt da hinterm Gras. Oh. Da hat er mich entdeckt. Oh, ich wurde entdeckt. Dann musst du besterben. Du und du und du. Fuck it. Und shit. Ich sack. Und. Nein. Shit. Schieß doch mal richtig. Strenge dich an, du. Nein. Gib keinen Schuss mehr. Holy. Jetzt verstecke ich. Stein. Nimm das. Baum. Ich. Greenpeace kann mir nichts. Komm her. Komm her. Komm her. Wieso verstecken die sich alle so intelligent? Na, na, na. Düde. Daneben. Überragend. Überragende Skills gezeigt. Napkin zeigte seine überragenden Skills. Und nun hat er volle Leben und alle seine Gegner sind erledigt. Tja, mein Freund. Na, schöner Boden. Schöner Boden. Damit hast du nicht gerechnet. Mit zwei unter dem Bruchstrich. Haha. Ah. So. Ich nehme mal dein Auto. Geh, ist das klar? Ist das okay, James? Ist das okay? Ah, ich interpretiere das als ja. Vielen Dank. Gut, dass du die Schlüssel hast stecken lassen. Sehr nett von dir. Wir. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ist ja schön, dass ihr euch kurz in meinen Weg stellt, damit ich ein bisschen üben kann. Ah, noch ein Schlauchboot. Wo muss ich? Ah, da hoch. Da muss ich hin. Ach, die Zeit. Das Ding muss in die Luft sprengen. Das Level hier taugt mir sehr da. Weil. Wisse. Hab ich den erwischt? Weil man hier eine freie Welt hat. Und freie Welt mag ich sehr. Oh, was überlebt der alles? Gut, da war noch einer. Ich will nicht aussteigen. Weil hier habe ich meine geniale Waffe des Todes. Ah, hallo. Ich hab dich gesehen. Oranger Mann, komm raus. Ich werfe einen Stein auf dich. Ah, so geht's auch. Wow, Flickshot. Überragend. 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 Da gibt's ein Replay. Ah, so geht's auch. Wow. Überragendes Replay. Oh. Ja, tja. Das Spiel hat wohl gedacht, dass ich auf meiner Reise Leben verliere. Aber dem ist nicht so. Und shit, wenn ich das Sprengstoff jetzt hier hinlege, dann ist wahrscheinlich das alles kaputt hier und ich kann den hier mal heilen. Sprich, ich lege den Sprengstoff noch nicht an. Und erledige noch ein paar Gegner hier, bevor ich mich dann heile. Weil ich so schlau bin und da ganz sicher taktisch ledige. Hallo. Na. Wen haben wir denn hier? Zu easy. Es ist zu einfach, Spiel. Zu einfach. Immer noch. Es ist schön, dass ihr nicht losfahrt, Boote. Ihr müsst da nicht losfahren. Aua. Was stecken die? Was stecken die, wer sie sind? Schießen da einfach zurück. Schau eine Reihe. So. Wie viel Gegner hier sind. Irgendwie kriegen sie es nicht, mich anzugreifen. Aua. Aua. Okay. Jetzt sei langsam. Langsam tut's weh. Wo muss ich? Ach du Scheiße. Jetzt muss ich... Hoppala. Nein. Nein. Ich war schon so weit. Ich war schon so weit. Oh man. Far Cry. Komm her. Komm her. Ich hab dich. Ja. Mist. So ein Mist. Aber auch. So ein Missgeschick ist mir schon lange nicht mehr passiert. Ich hätte einfach den Sprengsatz und nicht so viel... Mein taktisches... Mein taktisches Überlegen... Überleben... Überlegen... War sowas von nicht taktisch. Und dann... Oh hallo. Wie konntest du... Wie... Was machst du denn da? Ähm... Mein taktisches Überlegen war... Überleben war... Überlegen... Ach... War sowas von fail. Aber... Nichtsdestotrotz übernahm Napkin die Kontrolle der Insel. Von der richtigen Seite aus. Und wir nehmen... Die Insel nun nochmal. Genauso ein wie vorher. Ich glaube hier frontal drauf ist... Übst fail. Oh. Jetzt sind beide Booten unterwegs. Oh. Und ich hab vorher nicht alle markiert in meinem Fernglas. Oh oh oh. Hallo. Hallo. Ist aber schön, dass... Ihr alle keine Chance habt gegen mich. Papa. Au. 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 Shit. Oh oh. Ich hab keine Rüstung mehr. Oh shit. Ja, ich bin sehr intelligent hier. Einfach ich fahr jetzt hier drauf und geh in Deckung. Geh den Stein. Danke. Holy. So, jetzt müssen hier übergegnet sein. Ich hab kein Leben mehr. Ich hab nichts in meinem Leben. Meine Lebensanzeige besteht aus nichts. Ein Hauch von nichts. Komm schon jetzt. Granaten. Komm hier. Ein paar Granaten. Oh oh oh. Da hinter dem Stein hier. Zack. 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 Bäm. Erwischt. Oh. Yes. Oh. Dig durchdruck dich doch. Ich hab kein Leben mehr immer noch. Nein. Ja. Soviel dazu. Danke fürs Schauen. Ich muss aufhören. Ich glaube es war ein hervorragender Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Far Cry. Äh. Sieh. Sie sahen Napkins Let's Play. Hören Sie nun Bekenntnis von Robert Gernhardt. Ich leide an Versagensangst, besonders wenn ich dichte. Die Angst, die machte mir bereits, manch schönen Reim zu schanden. Dankeschön.